Moin zusammen, in Tears of the Kingdom könnt ihr einen Haufen verschiedene Pferde finden und dann auch zähmen und eines von den besonderen ist hier der Riesenschimmel. Der Riesenschimmel ist nicht nur das größte Pferd im Spiel, sondern auch eines der stärksten. Leider kann es jedoch nicht so schnell laufen. Für alle Sammler unter uns will ich euch zeigen, wo ihr das herbekommen könnt. Ihr müsst auch nicht viel dafür machen. Wir können hier am Stall der Hochebene starten. Das befindet sich ganz im Süden von Hyrule. Hier nochmal etwas dichter auf der Karte zu sehen. Und vom Stall der Hochebene aus müsst ihr dann noch etwas Richtung Südost gehen, und zwar hier Richtung Ibarra Hochebene. Und da, wo ich den Herzstempel platziert habe, da findet ihr den Riesenschimmel. Hier nochmal dichter auf der Karte zu sehen. Also ihr müsst, wenn ihr hier am Stall der Hochebene angekommen seid, könnt ihr hier die Straße runterlaufen, am Harajasee vorbei, dann links abbiegen, dann immer weiter geradeaus, über die Brücke des Pferdegotts rüber, und dann einfach noch hier durch das Stocht gehen. Und hier auf der kleinen Halbinsel befindet sich dann der Riesenschimmel. Dort angekommen müsst ihr euch ein bisschen an ihn anschleichen, und dann auf ihn aufsteigen. Dann beginnt das Zähmt. Es kann ein bisschen dauern, bis ihr ihn gezähmt habt. Darum habt genügend Ausdauer mit, oder Essen für Ausdauerregeneration, oder für temporären Ausdauerboost. Eins von beiden, oder am besten beides. Oder habt einfach genügend Ausdauer, weil das braucht ziemlich lange, um den zu zähmen, wie ihr hier auch seht. Soweit ihr ihn gezähmt habt, könnt ihr zurück zum Stall der Hochebene, und dort das Pferd registrieren, und schon ist es für immer euers. Gut, dann sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch helfen, und dann habt noch einen schönen Tag, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!